hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video world of tanks heute ich habe es im letzten video schon fast angedeutet nicht alleine wir spielen heute clan intern zusammen mit fabi und julian moin hallo wir werden das wohl in zukunft so machen dass wir das öfter mal machen ich spring einfach mal hier schon mal ins gefecht während wir sabbeln wenn ich sabbel öfter mal machen dass wir im zug die videos auch aufnehmen je nachdem wie zeitlich passt ob immer dieselben leute sind je nachdem wie zeit ist und ja wenn ihr möchtet ihr könnt nach wie vor den klaren einfach join einfach eine einladung an mich schreiben über die wargaming seite oder ingame am klaren schreiben und dann passt das und wieso haben wir jetzt malinovka warum warum ein neuner gefecht in malinovka weil uns das spiel nicht mag ich mag diese auch nicht egal ja früher ganz stark heute geht das ja mittlerweile ein bisschen mit dem löwen leute also falls jetzt fragt was ist es für ein panzer ist der löwe wer es noch nicht kennt und das modpack modpack ist real hacks modpack steht oben in der beschreibung drin wer sich für das modpack interessiert ist auch ein verifiziertes also das ist keins mit illegalen mods oder was sachen die du nicht haben darfst im endeffekt so wie früher das wurde mortis pack ach so jungs ja genau wir fahren wir fahren hügel drauf oder waren da travel und porschen einfach drüber du meinst wir umrunden das meist hier und geben ihm ganz fies so und so ja ja so und so ich wollte noch irgendwas anders sagen aber irgendwie ist mir das zweite wort entfallen was sie noch sagen wollte zu begeben ihr ja das fies irgendwas fehlte danach kommt nicht drauf müssen das hat penetrieren so in etwa oh ja ich liebe ich freue mich schon so drauf wenn der löwe endlich nicht mehr blind ist ist wenn meine crew endlich soweit ist dass der sechste sinn wieder funktioniert ja ich bei meinem tiger auch dass man vermisst das echt also ich stand mit dem löwen in dem eingefecht mal einer position wo ich mir gedacht habe okay du stehst hier du zielst da vorne hin und wenn jemand von hinten kommt siehst du das das ist ja alles schon gut du kriegst ja dann das mit mit einem sechsten sind ja hat vergessen dass ich gar kein sechsten sind habe aber einmal wurde von hinten angeschossen und denke wo kommt das denn jetzt her so wie gestern ja musst du das immer schmerzvoll erwähnen ich erwähne da lieber ein typ 59 schmerzhafter ja leute man muss dazu sagen ja fabi kauft sich für elf euro kisten von dem festtagsevent kriegt den typ 59 und julian und ich geben mehr geld aus und kriegen ihn nicht wir sagen jetzt mal extra nicht wie viel wir ausgegeben haben das wollt ihr nämlich gar nicht wissen aber es war schon nicht so schön und jetzt sieht er uns damit immer auf der ingeborg spaß ist spaß an der arbeit oh ja keine arti wir können tatsächlich pushen und das mäuschen steht unten auf der g-linie mit da gehört auch hin da gehörten top tier auch hin wobei der ist es nicht schnell oder also bergauf ist für das ja gut dann würde ich auch nicht unbedingt bergauf fahren leute könnt ihr uns davon auch noch was ablassen bitte überlassen ich glaube ich nehme gleich eine abkürzung meiner so arsch haben aber du bist aber schon oben genau wie wir so viel langsamer als hier bist du jetzt auch nicht was geht ich hab halt noch nicht den großen motor oh jo erstmal entschuldigung entschuldigung ist gut ist ja bis jetzt noch nichts passiert noch nicht das wird sich gerne wenn der t110 da vorne feuert danke dass du mich geschubst hast sowieso bin ich von der kommandoluke wieder abgekommen und habe daneben geschossen gelegen mist verdammte ich habe den t54 schon wieder verfehlt er ist abgeprallt ich muss mich konzentrieren ich schieße die ganze zeit daneben jetzt jetzt hat er 10 die schnauze voll von uns jetzt will er uns ja jetzt gibt es ohne erbarmen der t34 3 von der fünfer linie hat mich getroffen kämpfer kämpfer ja wir sollten wir sollten vielleicht ein bisschen von der seite hier weg fahren ist mal was anderes kann was ist denn ein kann jagdpanzer kann der oder kann der nicht oder wie er nicht wer soll spotten spot löwe fließt ich wollte doch nicht wo habe ich oh lol kill geklaut wer auch immer den runter geschossen hat ich habe den kill geklaut ok sehe ich nicht wir haben ein bisschen vorziehen hier die 26 oha der kann hier tiger 2 ist gebaust von mir wir müssen da vorne wir müssen da ein stück vor oder wir müssen erstmal hier ein bisschen in irgendeine kuhle reinkommen so dass wir aus dem schussfelder sind ja lass uns hinter der kirche rumziehen hinter der kirche hinter der müde ja das ist die neue kirche hast du schluck auf ja im besten moment wieder oh ja die kommandoluke schon wieder verfehlt der tiger 2 ist schlau der ist genau im richtigen moment rückwärts gefahren ich glaube diese runde wird das nichts mit schaden ich glaube ich denke einfach nur das habe ich mir auch gerade gedacht oder er schießt durch ich ziehe ein bisschen vor da vorne zum frack vom 110er hin äh vom t10 hin wir drängen den so ein stück ich freue mich ok der t54 hat mich getroffen der ist halt das ist halt ich fahr mal ich lasse mich zurückfallen ich benutze dich mir eben als deckung ja 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 der konkurren müsste sich anders da hinstellen dass wir den dann als deckung noch benutzen können ähm du meinst der der jetzt gerade ja ach komm der tiger 2 bei uns die ganze zeit und dann beim letzten schuss weißt du da wo man mit sterben kann da kommt er dann durch ne egal sieht ja schon mal gar nicht mal so schlecht für uns aus sieht ja schon mal gar nicht mal so schlecht für uns aus ist hier 54 da steht der 34 3 ok ein schuss meine kinder von weg auch der tiger 2 ja was ist denn das für einer oh der ist nicht schlecht doch eigentlich schon ach ich liebe meinen sechsten sinn wenn ich julian zuschaue er hat ja sechsten sinn geht ja immer wieder auf das ist toll julian danke dass du so viel gespottet wirst ja das wird wahrscheinlich der t34 sein der dich spottet oder oder der t54 oben ich meine ist auch schön schön dass unser t10 da unten auf der vierer linie kämpft zusammen mit der tortoise und der isu ja irgendjemand muss ja das neue beschäftigen ja und die t95 der daneben steht ja unser defender hat aber ganz schön kassiert schon kann ich eigentlich hier auch einfach auf den wechseln bestimmt ja ich hoffe dass jetzt noch vor weihnachten der defender im angebot ist ich weiß nicht oder am 24 in so einem paket weißt du kostet 200 euro hast du dann drei schlechte panzer und den defender drin ja das kann ich mir bei wargaming richtig vorstellen so 200 euro für das ding plus irgendwie zwei gammel panzer die wir dann eh schon haben so wird es laufen wobei ich glaube dann kaufe ich ihn trotzdem ne ich weiß nicht da ist mir das matchmaking zu unausgeglichen mit dem als ein 10er zu kommen naja mit dem defender kannst du ein 10er auch noch klar kannst aber du bist halt als 8er trotzdem eine leichte beute hast du dir mal angeguckt wie der abgewinkelt ist also da prallt sie selbst mit dem e100 ab bei dem winkel auch vorne die schnauze ist ja gewinkelt nein also ganz ehrlich 200 euro würde ich für den nicht ausgeben das ist ja mir nicht wert möchte ich jetzt mal behaupten ja mir ist ja auch keine 80 oder 100 wert was würdest du für den ausgeben maximal mal nur für den panzer ja bedenke ist ein 8er 8er premium ja ich würde 60 dafür ausgeben ok ich weiß es nicht doch ich glaube doch so 40 bis 60 ja doch wer 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 mir wert dafür was man sieht was der halt was er kann doch doch würde ich auch sagen vor allem ja der der wird auch immer im plan war so gerne ja wenn du den nicht sogar noch ein bisschen aggressiver spielen kannst was ich mir gerade überlege wo ich hier die ganze zeit julian zugucke der der arm x 65 tonner also der neue wäre eigentlich auch eine option für team gefecht ne so wenn man sich die front anschaut ist der eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ich meine seite und hecke reden wir nicht drüber aber front und turm naja ist der kleine turm der andere ist naja der ist blöder aber kann dafür die 120 mm kanun tragen ja ich freue mich schon drauf wenn du den ausgestattet hast ja ich habe den schon erforscht aber der turm ist mir lieber hast du mal gesagt gehabt der sieht schöner aus ne ja so schnapp dir den t95 ja ich bin zu langsam ich glaube das wird heute tatsächlich die erste folge wo ich nur ein gefecht habe wir haben gewonnen und ja es wird heute nur ein gefecht würde ich jetzt mal sagen gucken wir uns nochmal die statistik an da war ein schönes gefecht dafür dass wir nicht top tier waren ging das eigentlich ja abgesehen von uns beiden farbine wir waren die schlechtesten aus unserem team guck dir julian an dann leute dann wisst ihr was wir falsch gemacht haben oh ich bin tatsächlich vorletzter vom damage ja hu nicht letzter oder vorletzter doch noch etwas mehr gerissen aber was ist denn jetzt der ach der kann jagdpanzer kann das sein ist das ein premium der deutschen ja der ist das ist der kanon jagdpanzer der steht auch im panzermuseum monster dann weiß ich wer das ist mit raketensystem wird auch jaguar genannt jetzt weiß ich wer das ist oh das ist gut aber ich würde sagen bevor wir jetzt hier weitermachen liebe lüte das soll es für heute gewesen sein ich sage vielen lieben dank fürs zuschauen ich hoffe das video hat euch ein bisschen spaß gemacht würde mich freuen wenn ihr ein abo daumen hoch ein kommentar da lasst schaut sehr gerne beim nächsten mal wieder rein und dann wünsche ich euch einen schönen abend eine schöne nacht einen schönen morgen je nachdem wann ihr euch das video anschaut und sag bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal